Hallo liebe Leute und willkommen zu It Takes Two. Und wie der Name schon verrät, brauche es für dieses Spiel zwei Spieler und da habe ich mir die liebe Zoe geschnappt, um es zusammen mit euch zu erleben. It Takes Two kommt vom Entwickler Hayslite Studios und Publisher EA, die auch schon für das großartige Way Out verantwortlich sind. Daher würde ich auch mal in den Raum stellen, dass dies da nicht nur ein Koop-Spiel ist, sondern wohl eher das ultimative Koop-Erlebnis. Das Spiel ist genau auf zwei Spieler zugeschnitten, man sieht zu jeder Zeit beide Sichten der Spieler und ist aufeinander angewiesen. Worum es genau geht und wie wir uns anstellen seht ihr jetzt und ich würde sagen wir springen mal rein in den Lachs und ich wünsche euch viel Spaß. Wie war's your day? Great, the toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know, I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't it. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Also ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Also ich weiß nur, dass es von den Machern von der Way Out ist. Und dass man zusammenspielen muss. Ja, dann bin ich natürlich rechts, ne? Ja, nur links. Ist ja klar. Äh, okay. Was mache ich jetzt? Bis nach links. Ich habe doch vorhin meinen Controller ausgebildet. Wieso will der jetzt wieder Maus und Tastatur von mir? Weiß ich nicht. Was für ein Scheiß. Äh. So. Also es hat ziemlich bei mir geruckelt. Ich hoffe, dass es nicht in der Aufnahme mit drin ist. Weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich immer konstante FPS, aber es hat auch bei mir geruckelt. Aber es lag wohl im Spiel. Ja, es hat so ein bisschen gehakt. Hey, honey. Can I just take Elephant a sec? All right. Uh, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very... fun. What we're trying to say, darling, is that... well... Mum and Dad... we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah. Of course. So. Infinger in den Schrank. Sieht echt cool aus. Sowas geiles hatte ich nicht. Ich schätze mal, ihr versucht sich mit dem Game quasi abzulenken von der Trennung. Von dem Trauma der Scheidung. Wir leben. Was ist das? Was zum Teufel? Bist du aus wie ich? Passt doch. Ja. So wach ich auch immer auf. Ach das sind die Eltern. Was ist das? 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 Ich habe Millionen von Koppel und jetzt werde ich euch helfen. Ich werde wieder zusammen sein. Das ist definitiv ein Schmerz. Ich muss aufwachen. Oh nein! Oh, Mei? Mei? Oh! 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 Oh mein Gott! You can't wake up here! Exactly! Oh! Okay! Um, Mister, um, Book? So, uh, how do you wake up? Cody! Mei! You're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah. We're, uh, divorcing. Haha. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one. Fix your relationship. Plus, I promise your daughter to fix your marriage. Hahaha. See, love is like a mountain. Oh, what? Mei? Mei, it's Rose. Come on. Let's get to her. Oh! She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains, like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Ich seh auch deine, seh ich. Das ist ja geil. Ich seh deine auch. Shift, flitzen? Hä? Huch! Ich bin runtergefallen. Wie komm ich wieder hoch? Oh, okay. Oh, das ist ja mega geil, wie hier. Erstmal ausprobieren? So, red, red level in games. Ich wollte nicht drüber hüpfen, ich wollte klingeln. Das ist ja richtig geil. Weil ich sie enthört. Ja, ich muss das Spiel kurz mal lauter machen. Okay. Ich bin leise bei mir. Bei mir, glaub ich okay, weiß ich gar nicht. Was war das? Oh, ach so. Hä? 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 Was ist das? Hä? Was ist das? Guck mal, Schatz, guck mal her. Ich seh's. Ich seh doch, ich seh auch dein Gesicht. Hä? 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 Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber was, was passiert? Wir können das Staircase ohne diese Fusen. Aber diese Fusen? Sie sind einfach... Sie sind einfach weg. Ich meine, ich habe sie gesehen, und sie sind kleine Fusen. Ich habe mich über das später. Wir bringen sie zurück. Okay... Wieso sind die weggerannt? Wieso leben die? Warte mal... In dem Eimer war das auch so ein Fus? Das, was sich da versteckt hat? Nee, ne? Nee, ne? Das ist was anderes. Hier ist hier oben. Von ihren Weg? Äh... Äh... Wie ist denn das jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt ist ich selber gefangen. Okay. Stammvertretter? Boah, alter! Ja, ey! Warte gefällig! Wie advanced ist denn das hier schon? Bleh! Okay, einfach... Einfach... Einfach springen, spamen. Ah, ah! Okay, easy to learn, hard to mastern. Ja. Wuiiii! Oh, oh! Nein! Hihihi! Ciao! Komm kurz! Ah, ich hänge hier ein bisschen rum. Oh! Ähm... Der brummt irgendwas sehr laut. Alter, wo will das viel denn hin? Danger... Endanger... Ähm... Weiß, was? L... bei dir ist es Caps. Wenn du das gedrückt hast, dann rennt er schnell die ganze Zeit. Okay. Und bei mir war das so'n komischen Naruto-Run. Voll geil, er ist süß. Ja, Naruto lehnt sich nach vorne und die Arme nach hinten. Du lehnst dich einfach komplett nach... Okay. Gibt's hier ne Option? Hä? Inwiefern war das jetzt ne gute Idee? Ja, verstehe ich auch nicht. Warum ist das überhaupt ne Option, dass man das machen kann? Ist das doch dumm oder was? Ah, wir sind zu langsam, ne? Ich schätze mal, hier müssen wir beide rauf springen hier. Okay, schon zusammen. Wir müssen da auch mal nicht rüber. Okay, was ist bei dir? Springen und Steuerung. Eins, zwei, drei. Voll. Guck mal, easy. Und der Hetz... Ja... Ähm... Wir müssen nach oben eigentlich oder so. Ach, warte mal. Wir müssen bestimmt... irgendwie da dran springen und auf Oberfläche rutschen. Was? Ah... Okay. Einfach dran springen und die Sprungtaste gedrückt halten. An... an... auf dem... an dem Rad hier. Achso, ey. Achso, ey. Auf der... auf die Fläche. Äh? Gedrückt. Äh? Achso. Ja. Äh, okay. Wie schnell ist das denn? Wie schnell ist das denn? Ah, und wo ist das Viech? Geht da auch, nehm ich an? Oh, oh. Ah! Ja, da dasselbe. Boah, Alter. Ist ja gefährlich hier. Äh! Okay. Das ist gar nicht... nicht so gut für mich. Deino! Ich bin dumm. Jetzt. Ja, genau. Und jetzt wieder weg. Äh! Nein! Oh, shit! Kann man hier dran sterben? Okay. Okay, ja, offensichtlich. Kann man hier dran sterben? Kann man hier dran sterben? Mach das doch mal in echt. Eine Kreissägerin? Dann aber... Lachend am besten. Ja, dann aber nur lachend. Ähm... Äh... Schiff... Springen... So, warte mal. Was ist denn da? Doppelsprung... Blitzen. Ah, okay. Ich verstehe... Äh... Ne, warte mal. Hä? Steht da. Verstehe es nicht. Was mache ich jetzt zuerst? Doppelsprung und dann... Du musst springen, aber ein bisschen nicht so schnell. Erst wenn du in der Luft bist, jetzt nochmal und genau. Ach, Gott. Gleich am Anfang so viele Knöpfe drücken, ey. Ja, das ist halt... Tutorial, ne? Äh... Ist da was zu sagen? Gott, ey, das wird ja... Wenn das jetzt schon das Tutorial ist, dann will ich nicht wissen, wie das Spiel wird. Ach, das ist so doof. Da kann man sich ja nur blamieren. Und wir nehmen dann so eine auf. Oh. Oh. So, oder was? Oh. Oh. Da... Wo will der hin? Da oben ist eine Bohrmaschine, die läuft. Ich wette, wir kommen gleich auch anders raus, ohne dass wir das Ding da reintun müssen. Äh, das sieht hier... Das sieht hier aber nicht... Kann man das irgendwie rausnehmen? Ach so, das muss man richtig reindrücken. Ja. Und dann... Ah, ah, schnell! Ah. Jawohl! Äh... Äh... Das war heftig. Rein damit. Okay. Er nun wieder. Ah, das verdammte Fuses. Oh. Mei. Da ist sie. Rose! Rose, darling! Hola! Oh! Nicht du wieder. Oh, move aus der Weg, du wunderschön. Ja, geh aus der Weg. Ich muss nachdenken mit meiner Frau. Ihre Frau? Oh, du sprichst wie du sie auch. Ask dich. Kannst du wirklich auch die Leute du liebst? Du einfach uns durch. Komm mal. Ich will. But first. There's someone I want you to meet. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ta-da! From kids. Oh! What the? Who is that? Why do I recognize your voice? Me? Oh. What? No. We... We've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo! Vacuum! Que pasa? You know who this guy is? Let me tell you. This is Cody. You know. The guy could suck up all kinds of crap in your stomach. Oh. No. That's... That's you. You ruin my bowels with all that crap. Crap? What? I was just sucking up dust. That was it. Just... You call that just? Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fix me. Thank you. Instead, you put me away for life in here. Yep. You want to get back to Rose? Yes. You want to talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together! Oh. Come on! Why are you doing this to us? Because you two must learn... Collaboration! That's... That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship! Huh? Collaboration! You understand? Now! I'll see you later! Hasta la vista! Good luck! All right. Bye-bye now. Crazy book. This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know. We're getting a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Wow. I wonder where that annoying book even came from. Hey. He said Rose bought him. He doesn't sound like a book she would buy. More like pretentious self-help book you'd buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. Die Musik klingt irgendwie... Ameisen. Oh nein, ich bin tot. Hä? Wie? Ah, man darf hier nicht reinfallen, okay. Oh. Ja, das ist schon das Pferde wahr, dass ich jetzt da reingesprungen bin. Irgendwie... Warum ist hier Säure im Keller? What the fuck? Ist man da jetzt rein? Echt? Ähm. Ähm. Okay. So nicht. Jetzt bin ich aber hier. Also entscheidend ist es teils richtig. Was sind das für komische Viecher da in dem Zeug? Aha. Äh, was? Ach so. Ah, ja. Hä? Ich dachte... Hä? Warte mal. Okay, das war falsch. Warte, warte, warte. Kannst du nach oben machen? Ach ja, warte. So. Okay. Was ist hier? Ah. Ah. Jetzt kann ich... Wenn ich das hier so ablege... Ja, das klappt. Ja. Und dann... I guess... Okay. Was ist denn das für komische Leuchteviecher? Die regen mich auf. Okay. Was ist denn das für komische Leuchteviecher? Oh. Gucken wir uns die ganze Zeit an. Ah. Okay. Nein. Tschüss. Ah shit. Nein. Ich hab nichts geworden. Guck mal. Nein. So, wir müssen wahrscheinlich irgendwie über die Seite, ne? Ähm, nee. Obwohl, nee. Nee, wir müssen ja diesen Doppelsprung-Flitzel-Kacke machen. Ah ja, aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Was ist das für ein Ding eigentlich schon wieder? Jetzt. Wohl. Okay. Und jetzt? Warte mal. Ich guck erstmal, ob wir das nicht irgendwie... Wahrscheinlich musst du es wieder hochheben. Ja, wahrscheinlich... Ja, ich heb das hoch. Warte. Ich hab's gleich. Warte, noch nicht. Jetzt. Müsst's passen. Perfekt. Okay. Was passiert hier jetzt? Äh... Reverst. Okay. Ah, andere Seite. Warte. Ah, okay. Reine Schlumpen. Hui. Iiiiih. Iiiih. Äh... Ich schätze mal, da müssen wir rein. Ja, sieht so aus. Geil. Uff. Uff. Muss ich auch? Ne. Ah... Dann? Muss ich loslassen? Muss ich hier irgendwas... ...machen? Ah, okay. Okay. Ah, dann kann ich hier durch. Okay, nice. Okay, was müssen wir hier machen? Äh... Danger? Nee? Okay, so nicht. Ähm... Oh, okay. Okay, da müssen wir das starten. Wow. Einer muss hier heben und dann... Hm, drück mal drauf. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber egal. Und dann musst du davor rennen und da vorne halten. Ah. Ah, okay. Ich muss dann zum nächsten rennen. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich loslassen kann dann. Ja. Ah... Shit! Haha, Alter. Ich war zu langsam. Okay, ich glaube, du kannst direkt loswenden, wenn es durch ist. Also jetzt. Ah, ich kann nicht loslassen. Erst wenn du dran bist. Ach so. Boah, Alter, du hast es gemacht. Haha, ich habe irgendwas gedrückt. Okay, nice. Oh, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Schiff habe ich, glaube ich, gedrückt. Oh. Du. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Oh, ich mag diese Seitenansicht nicht. Äh, L.S. Ach so. Ne, halt. Das hier. Genau. Oh, mein Fuß ist eigentlich schlafend. Ich sitze hier so blöd. Was machst denn sowas? Ich weiß es nicht. Oh, hier müssen wir rein. Ab ins Löchlein. Ah, ja. Kann ich auch schneller laufen? Wimmig. Komm 2017 Ach so. Bernd lightroom. Hopp. Der kann man gar nicht allein sehen. puis ist auf der pl cuántische Joch und er zu dauert es ja zu Motiv haben, weil es ist immer wieder so los es kommt. Alright, wir sind jetzt hier rein auf so ein Йeres gesagt. okay weiß ich nicht, ich probier mal Alright, start spinning! Okay, tschüss Warte, ich bin doch noch gar nicht drauf! Wasser, Wasser, Wasser! Geh doch da hoch! Ich glaub du musst das mit springen und gedrückt halten machen Mann, warte mal! Sollen wir ran springen und gedrückt halten? Ja, ich weiß, aber... Nein, nicht nach vorne Willst du hinten? Weiß ich nicht! Lass doch einfach gedrückt! Nein, musst du nicht! Genau! Okay... Ich rötter, ich rötter, ich rötter! Das geht nicht! Ja doch, du musst weiter oben ran springen Warte, warte, warte Ich bin einfach zu doof dafür! Ich hasse Jump in Run eigentlich total So Jetzt schnell! Dreh, dreh, dreh! Dreh, dreh, dreh! Dreh, 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 dreh! Oh! Okay, äh... Du hast ein Knopf? Muss ich da irgendwas dran machen? Muss ich hier dran hoch vielleicht? Ne? Warte, ich guck mal kurz kurz... Und das geht das automatisch? Ah, ja! Ah... Oh, er springt drüber, ey, dude! Ja, also ging's mir auch geil! Ein paar Mal! Okay... Okay... Oh! Hey! Warte, warte, warte! Ah! Nein! Und das wünsche ich Bayday! Oh! Oh, was mach ich denn? Du musst auch echt die Sicht ein bisschen einschätzen können! Äh... Oh! Okay... Was ist das hier? Ein Knopf! Äh... Was macht der, wenn ich so mache? Okay... Und so rum? Okay... Ja? Okay... Der eine zieht an... Ah, warte, 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 warte! Äh... Du bist das Panner! Dann stürzt du, okay! Ja, aber du musst... Warte... Rausspringen, während... Du musst drücken dann, oder wie? Ja, genau! Ah, das... Autsch! Oh Gott! Oh! Okay, wir durch! Oh Gott! Ist das das richtig jetzt? Ja? Und? Ja, und... Achtung! Okay... Das ist ganz schön anstrengend, ey! Was machen die denn für Geräusche? Nein! Stopp! Wo wolltest du denn hin? Oh, hier, guck mal! Ist das ein Saugroboter, oder was ist das? Ich glaube, das soll ein Saugroboter sein! Oh, mein Fuß tut weh! Was ist das hier? Das Innere von... Ich weiß es nicht... 1000 Circuit Boards? Was ist das für eine Maschine? Was ist das für eine Maschine? Ja, das ist ja... Über... Überstaubsauger des Jahrtausends... Ich glaube, hier sind wir... Hm... Ah... Ah... Warte mal... Ah, okay... Ach so... Ah, da ist der Eingang... Da kann ich jetzt nämlich... Warte mal... Loslassen... Höh... 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 Okay... Äh... Dadurch? Ich schätze mal... Was bringt das? Hm... 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 Ich mach's einfach mal aus, weil man's machen kann... Was ist das hier? Ich bin... Okay... Kann man nichts damit machen... Oh... Oh... Es raussieht, wie sie sich... Nein! Oh... Ich hab's dicke kommen... Ah... Okay... Und du? Ähm... Ich... Was bewegen auch, ey... Spring... Und... Ah... Okay... I guess... Hopp... Oh... Oh... Das... Bei mir sahst du aus, wenn du daneben gesprungen wärst... Oder gefallen ist... Ja, bei mir auch erst... Okay... Ah... Äh... Äh... Ach, das Ding muss sich drehen... Achso, dann muss ich umschalten, wenn du da rüberspringst, oder was? Oh Gott, ja... Okay... Und du, wenn du das jetzt... Du musst dafür sorgen, dass sich das Ding hier dreht... Das heißt, du musst es dahin bewegen... So, da... Okay... Das ist ein bisschen zu schnell, oder? Das ist ein bisschen zu schnell, oder? Ach, das geht ein bisschen zu schnell... Warte, warte mal... Spring noch nicht... Nein, warte, ich muss die Plattform bei dir zum Stehen kriegen... Stopp... Oh man, warte... Nichts machen... Nee... Okay... Ich muss... Wir sind ein bisschen leicht... Äh... Nein... Oh, warte, warte, warte... Warte, warte... Wie duckt man sich nochmal? Achso, Dingens, ne? Ja... Okay, so... Weil sonst passe ich da nicht durch, glaube ich... Ah... So... Okay... Das ist hier oben... Ist hier oben irgendwas? Kann man nach oben? Nee... Ich denke manchmal, wir verpassen irgendwas... Weil wir hier so schnell durchrushen, aber... Achso... Ich geh halt immer da... Ich glaube nicht, also... Ah... Okay... Okay, also musst du da schnell rein, oder wie? Ich verstehe nicht ganz... Warte mal, wenn wir da... Mach nochmal... Okay... Äh... Oder kann... Was machst du für einen Move, damit das da runter geht? Was drücken dann? Hoch und dann ducken... Hoch... ducken... Genau... Okay... Achso, das ist zum Hochfahren, dass man da oben reinspringen kann... Achso... Warte... Wo? Äh... Oh... Okay... Oh... Okay, ich muss... Ich muss das... Ich muss das hochhalten, damit du hoch springst... Okay... Ich muss den Knopf drücken und dann gleich rüber rennen und... Okay... Okay... Ich kann nicht... Schade, ich war so langsam... Sorry... Kannst du das überhaupt hochhalten? Ja... Kann man, aber es ist... Ja... Okay... Bis ich... Bis ich dahin gerannt bin, ist das ein bisschen doof gemacht für mich... Äh... Zack... Oh... Falscher Knopf... Okay... Ähm... Ah, ich komm... Schon wieder zu spät... Nein, ich komm... Rechtzeitig... Boah... Boah... Das war knapp... Was passiert jetzt? Ich... Weiß es nicht... Äh... Ah, jetzt ist es umgekehrt... Hui... Und dann? Äh... Ich hab... Keine Ahnung... Nein, ich bin daneben gefallen... Wieso... Das... Ach, Mann... Muss man lenken beim... Das... Okay... Wie soll das denn gehen? Das ist doch gar... Physikalisch gar nicht möglich! Huh... Okay... So, ich muss hier auch rein... Äh... 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 Hä? Was muss ich hier machen? Ich verstehe es immer noch nicht... Hier müssen wir zu zweit durch... Ah... Jetzt... Ach... Ich schieße das da rein... Ah... Ach... Stopp! Ich glaube das reicht... Das ist glaube ich nur so... Dass der... Halt Gewicht bekommt... Ach so... Dass du da rauf kannst... Weil der jetzt weiter unten ist... Oh shit... Okay... Perfekt... Ah cool... Okay... Dann können wir hier nämlich durch... Äh... Ach so... Ah... Da kommt der Endgegner... Der Staubsauger... Du hast meine Ernährung verletzt, und du hast mich verlassen, um in der Erde zu sterben! Jetzt werden Sie alle sterben! Nein, warte! Ich kann dich trotzdem fixieren. Ich kann dich wiederholen. Nein, mehr lieben! Nein, 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 nein! Sie ist richtig! Sie ist ein Ingenieur! Ein wirklich guter Mann! Du bist, du bist sehr guter Mann! Hey, Matthew! Are you wirklich gonna believe that, eh? Weil ich nicht! Nein, nicht auf ihn! Once ich wieder meine realen Körper habe, kann ich dich fixieren! Oh, das ist so? Dann warum hast du den Turbo-X-2000-Türbo? Hey! Was? Du hast mich mit dem Turbo-X-2, ich bin gut! Ein Bruder, wunderschönes Matthew, der nicht wirklich sehr gut ist! Ich zeige dir, wer ist der beste Pferd! Was müssen wir denn jetzt machen? Ja, das weiß ich auch nicht! Ähm... Ähm... Okay... Ah, I see! Was isst du denn? Was ist das denn? Du musst da Sachen reinschmeißen und ich muss die da rein, Dingsen, irgendwie... Aber wie? Pack ich die da rein? Ach... Nicht dagegen, ja, ne, explodieren die... Wie hafst du denn da rein? Wie hafst du denn da rein? Wie hafst du denn da rein? Oh shit! Es wird einem auch nicht erklärt, ne? Nee! Ich... Irgendwas müssen wir damit machen... Ah ja, du musst die da unten reinschmeißen, die Dinger, irgendwie... Ach, ich muss einfach nur das Ding so saugen... Ja, damit ich ihn beschießen kann... Ach, ja, Mensch... Ah, guck mal hin... Ah, okay... Ja... Ich dachte, du kannst ihn nicht aufheben... Ja, das kann ich ja auch nicht... Also ich dachte, man muss die Dinger aufheben und da reinschmeißen... Ach, nur saugen! Ne, ne, reinsaugen! Genau! Oh shit! Aua! Weiter rüber komme ich nicht... Aua! Was ist das denn? Ähm... Ähm... Äh... Huch! D... 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 Du... Was ist das für ein Pattern? Weg mit deinen Knallfrösch nach! Kann er jetzt mal aufhören? Warte dir überhaupt her! So Knallfrösch, ey! Was ist das überhaupt? Anti-Rust-Spray? Wieso hat der so viel davon? Ich weiß es nicht... Das ist wahrscheinlich aus der Garage wie Cloud... Der Support vom ganzen Leben! Öh, ich weiß doch noch mit Stein, was das denn? Oh! Das ist Staub! Ich sterbe ganze Zeit! Aua! Ich auch! Ja, ich muss eh drücken, eh! Ich muss eh drücken, eh! Oder für euch gleichzeitig sterben! Oh, wir dürfen nicht gleichzeitig sterben! Okay... Warte, ich muss das hoch! Weiß ich nicht! Keine Ahnung! Und jetzt! Ich komm nicht weiter rüber! Aaaaah! Okay... Oh, ich spring mal genau! Oh! Oh! Oh, oh! Oh sh... Nein, nein, nein! Oh! Ich auch! Komm schon, komm schon, komm schon, komm, komm schon! Ei! Okay! Ah, jetzt bin ich natürlich noch nicht oben! Das bringt nichts! Okay, da waren die nur zwei! Ich wollte mich gerade tot! Dann kann ich natürlich nicht doppelt, ne? Da geh ich mal hoch. Äh, da bin ich da. Hast du's? Ja. Na komm schon. Ich fiege noch in seine Nase. Oh, schon wieder tot. Ist ja heftig, das Game. Ja, der Endgegner hat ein paar Exzellenz. Upp, nein. Das ist echt schwieriger als man denkt. Das sieht echt easy aus. Jump and Run ist sowieso gar nicht meins eigentlich. Ich bin sehr, sehr untalentiert in Jump and Run. So, ich geh wieder hoch. Ich bin jetzt eh schon oben, okay? Und ich hab's. Das muss es gewesen sein. Ist ja auch gut. Jawoll. Okay. Und jetzt müssen wir ihn zusammenschließen, glaube ich. Ach, grün bin immer ich, oder wie? Ach so, ich kann ja nichts machen. Ja, doch. Was? Der Arme. Ach. Boah, ist das eklig. Ach so, ich muss das drücken. E. Oder Y in deinem Fall. Ihhh, der Arme. Äh. Ist das strange, das Spiel. Das ist ja widerlich. What the fuck? Der Arme Staubsauger. Jetzt muss die Tochter denken. Plötzlich fliegt da so ein Staubsauger in die Luft. Okay. Aber, Stopp! Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Auf zu labern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis, äh, übermorgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.